Musik Kurt Haimeier, 54 Jahre, verheiratet, drei Kinder, komme aus dem schönsten Teilort der großen Kreisstadt Rotenburg, bis Frömerhausen. Da bin ich seit 25 Jahren im Wirtschaftsrat, bin 16 Jahre Ortsvorsteher, bin Vorsitzender vom Staats- und Wasserverband, bin seit 10 Jahren im Gemeinderat für die CDU und seit 5 Jahren auch im Kreistag für die CDU und das Politische macht mir eigentlich brutal gut Spaß. Und was sind deine speziellen Interessen, deine politischen Schwerpunkte? Meine politischen Schwerpunkte sind unbedingt natürlich die Jugend, da gehört dazu Bauernwohnen natürlich, genauso wie die Stärkung der Vereine und absolut natürlich die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, weil ohne das läuft überhaupt nichts in der großen Kreisstadt Rotenburg. Politik macht den meisten Spaß, aber manchmal kann man sich ja auch aufregen, über was regst du die manchmal so richtig auf? So richtig tierisch aufregen, durch mich über meine Kollegen im Gemeinderat, wenn sie abends bei der Sitzung aber nicht wissen, was sie einfach vorher beschlossen haben und nur um polemisch zu sein und irgendwelche Dinge ins Land zu ziehen, falsche Aussagen machen oder auch sich da entsprechend verhalten und einfach nicht mehr erinnern, was sie eigentlich dabei waren.